Oh mein Gott, meine Freunde, was werden wir jetzt um 3 Uhr nachts aus dieser Megabox ziehen? Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt es wie immer eine Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Oh mein Gott, Leute. Heute werden wir einfach um 3 Uhr nachts Brawl Stars spielen. Ihr seht es gerade, wir haben gleich 3 Uhr nachts, Leute. Es ist geistkrankt, deswegen lasst jetzt gerne einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Ich bin gespannt, was passieren wird, wenn man um 3 Uhr nachts Brawl Stars spielt, ja. Leute, ich bin sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall, denn ihr habt ja zum Beispiel auch mitbekommen, dass Pookie gehackt worden ist. Und was passiert, wenn wir um 3 Uhr nachts spielen? Vielleicht werden wir auch gehackt. Was wird passieren? Wir werden ein Opening machen und auf jeden Fall auf den Runden gehen und schauen, was passieren wird, Leute. Also wir werden das Spiel komplett ausreizen. Deswegen lasst jetzt gerne, wie gesagt, nochmal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, let's go, wir gehen rein ins Game. So Freunde, und da sind wir auch im Game drinne und ich würde sagen, wir nehmen natürlich hier den neuen Brawler hier, ne. Sam, ganz wichtig, Leute. Deswegen, let's go, ich würde sagen, wir gehen rein und sehen uns gleich in der Runde. So Leute, da sind wir auch in der Runde. Jetzt alles oder Ohrhan ist als Map sehr, sehr, sehr nice. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, was passieren wird. Oh mein Gott, wir haben genau in ein paar Sekunden 3 Uhr. Ja, alles oder nichts als Map ist eigentlich auch nur eine gute Map für den Brawler hier aktuell. Eigentlich wollte ich Solo spielen, aber was passiert, ich bin gespannt. Vielleicht passiert ja auch was krasses so, wenn man um 3 Uhr nachts Brawler spielt. Ah, ich brauche meine Handschuhe wieder. Hat er Glück gehabt. Ah, ich bin fast tot. Oh mein Gott, Digga. Nein, mein Mate ist tot. Ich muss hier raus. No way. Oh, da ist noch eine Kiste. Ich werde das aber nicht gleich einsammeln. Hoffentlich macht er das auch. Oh mein Gott, Leute. Ich bin ultra gespannt, was jetzt passieren wird. Es ist echt gruselig, irgendwie um 3 Uhr nachts. Digga, also wenn ihr um 3 Uhr nachts spielen würdet, würde das wahrscheinlich auch gruselig sein für euch. Weil ihr wahrscheinlich Angst um den Ärger eures Vaters habt, wahrscheinlich, der ihr euch geben würde, wenn eure Eltern euch erwischen würden. Digga, wo ist meine Handschuhe? Schreibt mir auch mal gerne unten in den Kommentar, wie ihr den neuen Brawler Sam findet. Ich muss sagen, sehr, sehr nice. Gefällt mir meiner Meinung nach. 10 von 10. So, komm her jetzt. Bonny, ey. Digga, ich spiele den hier Bonny. Wo sind meine Handschuhe eigentlich? Ach, da unten in der Ecke. Digga, irgendwann sind die weg, ey. So, jetzt schau doch, jetzt müssen wir die Runde gewinnen. So, der ist weg. GG. Wir haben gewonnen. Und erster Platz, Leute. Ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich auf einen neuen Account loggen, spielen wir nochmal eine Runde und schauen, ob wir nochmal erster werden um 3 Uhr nachts. So, Leute. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Uhr 1. Es geht rein in die nächste Runde. Bin gespannt, ob ich die Mate jetzt nochmal habe. Oh ja, lol. Wir haben nochmal Bonny als Mate. Ach Gott. Ich habe ja auch bereit gedrückt. Ja, auch. Da. So, wir haben jetzt 3 Cubes. Gleich 4. Ne, 3 haben wir. Oh mein Gott, wir heißen auch noch Hacker. Vielleicht macht der Hacker sich auch bemerkbar und schreibt uns. Bin gespannt. Deinen aktuellen Stumblegeist haben wir einen Hacker, Leute. Wenn ihr meinen zweiten Kanal OG Maren noch nicht abonniert habt, macht es auf jeden Fall. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, schießt doch auf ihn. Sprich doch da rüber, dann ist er tot. Bruder, was machst du denn? Geh doch rauf. Super, dass der uns rangezogen hat. Ehre von ihm. Oh mein Gott, Digga. Vielleicht werden wir noch mehr Erster. Das wäre krass. Leute, ihr seht es gerade. Es ist ein sehr spannendes Battle. Verlässt mir meine Handschuhe wieder. Leute, da war eine Krähe. Showdown. Nein, Digga, die Handschuhe sind nicht so weit geflogen. Ich muss weg. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. LOL. Schade Marmelade. So Leute, wir sind jetzt auf neuen Account. Hier öffnen wir jetzt ein paar Boxen. Wenn wir jetzt einen legendären Tintiker um 3 Uhr nachts, dann raste ich aus. So, 4. Okay, da ist nichts drin. Feuerige Season. Eine Box haben wir. Auch nix. Let's go. Wir machen weiter. Wir leiden jetzt Gems auf, damit wir uns das Angebot leisten können. 4,99 brauchen wir. Creator Code Pookie natürlich geben wir ein. Ein bisschen Support muss sein hier. Let's go. So, Gems sind drauf. Oh mein Gott. So Leute, Angebot ist gekauft. 4 Megaboxen. Abfahrt. 1. Megabox. 6 verbleibende. Shit, wir haben gar nicht gekauft, wir haben eine Powerpause machen können. 2. Megabox. 7. Let's go. Wir ziehen was Neues. Tika, wenn das jetzt ein legendärer wäre. Lol. Wir ziehen nichts Neues. Hä? 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 Wie kann das denn sein? Ach, die Ausrichtungsgegenstände. Oh, ich hab sie vergessen. 6. Nein, wieder nichts Neues. Komm, komm, jetzt gönnen sieben verbleibende. So, die letzte Box. Und wir ziehen nichts. Gar nichts. Aus vier Boxen nichts. Digga, wir haben gar nichts gezogen. So Leute, wir haben jetzt nochmal einen neuen Account. Machen wir jetzt nochmal eine Powerpause. Und jetzt müssen wir hier was ziehen, Digga. Der letzte, der hat er gar nicht gegönnt. Es kann ja nicht sein, dass wir um 3 Uhr nachts hier keine Brawler ziehen. Okay, Powerpause haben wir jetzt gemacht. Mehr geht nicht. Hier noch die Box öffnen. Abfahrt. Drei und eins blicken die Schade, Momlade. Vorriegsseason haben wir auch nichts. Dann auch hier wieder ZZPuki rein. Und Gems aufladen. So Leute, wir sind startklar. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt Angebot. So Leute, Angebot ist gekauft. 99 Gems, vier Megaboxen. Komm und gönn jetzt. Fünf. Digga, wie lange ich keine Megaboxen mehr geöffnet habe. Sechs Verbleibungen ziehen das Neues. Let's go Leute. Schreibt jetzt unten in die Kommentare, was meint ihr was, wenn wir jetzt ziehen, Leute. Und gönnt euch gerne den Merch. Drei, zwei, eins. Und abfahrt. Digga, ein Gadget. Ein Gadget. Komm und jetzt gönn. Fünf. Nein. Oh, eins. Nein, Gadget für den Boxer. Wir brauchen einen Brawler. Komm und gönn, gönn, gönn. Nein, wieder fünf. So Leute, alle guten Dinge sind 96. Wir haben nochmal Gems aufgeladen, neuen Account. Jetzt muss er gönnen, ein letztes Mal. So, wir nehmen mal das extra Lucky mit. Komm und jetzt. Zwei. Nichts drin ist, schade. Jetzt machen wir hier eine Powerpause. Komm und. Was können wir hier noch poweren? Digga, gar nichts. Oder doch, hier, da. Komm und. Fass auf sieben. Hier haben wir noch eine Nachricht. Okay, Magia Barley ist egal. So Leute, jetzt die letzten vier Megaboxen um drei Uhr nachts. Komm und jetzt gönn, gönn. Fünf verbleibende. Komm und jetzt gönn. Sechs verbleibende. Oh mein Gott, meine Freunde. Was werden wir jetzt um drei Uhr nachts aus dieser Megabox ziehen? Und jetzt drei, zwei, eins und gönn. Digga, Gadget. Nein, Mann. Komm und jetzt gönn. Gönn doch mal. Gönn. Fünf. Komm und gönn, Digga, wieder fünf. Letzte Megabox, Leute. Letzte Box. Und wir. Digga, das war die letzte Box. Ja, nix. Ja, Leute. Außer Spese ist da nichts gewesen. Aber es war trotzdem krass. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie fand ihr es, um drei Uhr nachts Megaboxen zu öffnen. Schreibt mir gerne rein. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja oder nein? Ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Kogos. Ich würde sagen, Leute. Ich hoffe, ihr wisst, ihr wisst.